Hey ho und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Star Stable Online. Tut mir leid, dass die Vorbereitung etwas später kommt. Ich habe mega schlecht geschlafen und habe bis halb drei Uhr so rumgedümpelt den ganzen Morgen und habe mich nicht bereit gefühlt aufzunehmen und jetzt um Punkt drei Uhr beziehungsweise um Punkt 15 Uhr fange ich an aufzunehmen. Wundervoll. Ja, wir machen bei der Storyquest weiter, wo wir in der vorletzten Folge aufgehört haben, wenn ich mich recht erinnere, weil wir einen Questblocker reingehauen bekommen haben. Und zwar bei Linda. Linda musste noch was nachschlagen, wie wir an den Vogelscheuchen, auf dem Vogelscheuchenberg vorbeikommen. Genau. Hilf mir, diese Bücher zu lesen. Ich glaube, wir können uns etwas aus dem Inhalt zusammenräumen. Okay. Ja, ich wollte eigentlich die Bücher anklicken. Aus Nick Stonecons Reiseberichten. 1998, Vol. 12. Ich, Nick, war sehr beeindruckt von der riesigen Statue, die hier errichtet war. Diese imposante Statue des Gouverneurs Garrett wacht über die alte Festung. Mit nur einer Kanonkugel und einem Bootshagen in der Hand verteidigte er Jorvik vor den Piraten des Kontinents. Ohne ihn wäre Jorvik anderen Mächten verfallen und wäre heute nicht so frei, wie es ist. Deswegen die Statue. Der Ort wurde natürlich ausgewählt, weil John Jarl hier im Jahre 1218 zuerst Jorvik betrat und Jorviks Festung baute. Gouverneur Garrett modernisierte die Festung in den 1600er Jahren mit den neuesten Verteidigungskonstruktionen. Garrett war davon überzeugt, dass seine Vorfahren mit Kolumbus an der ersten Transatlantik-Krise 1492 teilnahmen und nannte diese Festung nach St. Marias Schwesterfahrzeug. Während dieser massiven Arbeiten hat Garrett eine Menge interessante Artefakte in der Altenburg gefunden. Und man sagt, dass Garrett noch heute über ein sehr wichtiges Artefakt wacht. Das Artefakt hat mit der Sonne zu tun. Stimmt, da war ja was. Wir haben herausgefunden, wie wir die Vogelscheuchen vom Vogelscheuchenberg von uns fernhalten können. Und zwar mit Aydins Lichtfragment. Und wie wir da rankommen, war halt die andere Frage. Soweit wir wissen, liegt das höchstwahrscheinlich in der Gruft von John Jarl, die ja unter Dolce Abbey ist. Und die ist ja versiegelt, soweit wir wissen. Aufhören zu lesen. Das Jahr war im Jahr der Gnade, 1218, irgendwann im Oktober. Es war ein nebliger und kalter Wintermorgen. John Jarls Flotte war seit Wochen in Not. Es gab fast keine Nahrung oder Trinkwasser an Bord. Der Vorrat war fast aufgebraucht. Und die ausgemagerte Besatzung war dem Todenauer. Traute sich aber nicht, sich gegen Jarl zu wehren. John war davon überzeugt, dass es eine unentdeckte Insel im Meer gab. Die Göttin hatte es ihm in seinen immer wiederkehrenden Visionen gezeigt. War John einfach verrückt? Oder sollte er das Gegenteil beweisen können? Die Besatzung war treu und wollte mit ihm untergehen. Im gleichen Augenblick, in dem der Steuermann darüber nachdeckte, von Bord zu springen, um der Hungersnot zu entgehen, passierte etwas. Die dichten Nebelwände verschwanden und massive Steinformationen ragten aus der vorher weißen Nebelwand. Land, Land, Ahoi! Land, Ahoi! Bei Gottes Gnade! Wir sichten Land! Hoffentlich ist das nicht nur ein kleines Inselchen. Es zeigte sich, dass John Jarl recht bekommen sollte. Das sollte das erste Schiff der Flotte jedoch nie erfahren, da es direkt in die sogenannten Dornenklippen fuhr und sank. Die komplette Besatzung starb. Jarls Schiff und der Rest der Flotte änderte die Richtung, als sie sahen, was mit dem ersten Schiff geschehen war und sie konnten ein Stück weiter südlich der Dornenklippen am Strand an Land gehen. John kletterte trotz seines ausgemergelten Körpers eine 15 Meter hohe Klippe hinauf, die ideal war, um eine Fessung zu errichten, und rief in den dunklen Nebel hinaus. Ich bin John Jarl, Sohn von Jor. Dieses Land ist nun mein, und ich nenne es Jorvik. Ich werde es mit meinem Leben beschützen, solange ich lebe, und mit meinem Geist, solange ich tot bin. Der Donner begann in der Ferne zu heilen. Wäre John und seine Besatzung nicht so abgemagert und müde gewesen, hätten sie gemerkt, dass das Geräusch kein Donner, sondern eine Horde wilder Jorvik-Pferde war. Ihr neues Land sollte einmal reicher werden, als sie es je hätten ahnen können. Oh, schön, ein bisschen Hintergrundinfos zu erfahren. Also wir wissen jetzt was über die Statue, die in Vorpinta steht, und dass John Jarl sein Leben mit seinem, äh, Jorvik mit seinem Geist, auch nach seinem Tod beschützen möchte. Jarls Begräbnis fand im kalten Herbst 1263 statt. 45 Jahre lang herrschte John über Jorvik und hatte die Insel seit seinem ersten Landgang nicht verlassen. Er musste hart kämpfen und es gab einige schwierige Jahre. Aber er war ein beliebter Herrscher, der immer versuchte, die kleinen Königreichen, die sich bildeten, zu vereinen. Die, die gegen ihn waren, hatten einen gefürscherten Feind. Seine Geschichten und Heldentaten sind heute den meisten bekannt. Seine Beerdigung war gut besucht, mit vielen Gästen und alle Clans waren vertreten, vor allem der Silverclan, die das Erbe Johns antrat und dessen Nachfahren noch heute in Jorvik leben. Selbst die einheimischen Druiden waren da, da sie immer ein gutes Verhältnis zu John hatten. Die ganze Beerdigung dauerte drei Tage und es herrschte einen Monat lang Staatstrauer, während welcher Frieden auf Jorvik herrschte. Die Beerdigung fand in einer Gruft statt, nicht weit von den Dornenklippen, wo John ein Schiff seiner Flotte verlor. Dort sollte er ruhen, nicht zu weit von seiner Festung, die weiter im Süden liegt. Die Gruft bestand aus mehreren Kammern und jede Kammer war mit einem magischen Runenstein versiegelt, der nur mit einem bestimmten Schlüssel geöffnet werden kann. Ein Sonnenschlüssel, ein Mondschlüssel, ein Blitzschlüssel und ein Sternenschlüssel. Die magischen Siegel sind uralte Druidenkunst, die heute längst vergessen ist. Okay, genau. Wir wissen ja, dass die erste Türe in der Kammer einen Sonnenschlüssel, glaube ich, braucht. Ich verstehe das nicht. Du etwa? Weißt du, wo du suchen musst? Dann mach dich sofort auf den Weg. Also, denken wir jetzt einfach mal logisch. Also, wir wissen, dass General Garrett eine Statue in Fort Pinter hat. Wir wissen, dass John John in Fort Pinter gelandet ist und in Fort Pinter seine erste Festung aufgebaut hat und dass er nicht weit von Fort Pinter begraben ist. Ich persönlich würde jetzt nach Fort Pinter gehen. Und erst mal da gucken, ob wir da was finden. Weil alle Wege führen ja nach Fort Pinter. Immerhin ist da diese Statue von dem Typen. Das Grab von John 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 ist nicht weit und John 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 hat... Das ist halt die Festung von ihm gewesen, Fort Pinter. Es macht also nur Sinn, da hinzugehen. Und wir wissen, dass die Statue, beziehungsweise dass der General Garrett etwas bewacht, beziehungsweise die Statue etwas bewacht, was mit der Sonne zu tun hat. Aha. Ja, das ist momentan Steve. Du drückst kräftig auf das Namensschild und mit einem Klick öffnet es sich und ein geheimes Fach öffnet sich. Ja. Nimm das Objekt aus dem Geheimfach und prüfe, ob es die Blocketeöffnung zu Jarls Grab öffnen kann. Ja. Wir haben den Sonnenschlüssel gefunden. Super, dann können wir jetzt zu Jarls Gruft und gucken, ob der reinpasst. Aber eigentlich sollte der da passen. Ich gebe zu, das Rätsel war jetzt halt relativ einfach, dass wir bei der Statue suchen müssen. Aber die Geschichte soll ja auch für Kinder passen. Beziehungsweise einfach zu lösen sein. Oh, ich muss Partycrash ein bisschen leveln. Der ist so langsam. Was hat der überhaupt an? Haben die Sachen über Werte? Ja, haben sie aber nicht, sondern gute Werte. Oh, mein Kopfhörer geht kaputt. Ich merke, dass der eine brummt die ganze Zeit und es ist viel zu leise. So. Aber mit ein bisschen Glück kann ich mir morgen neue bestellen. Wenn die die noch haben. Dann gucken wir mal. So, hier darfst du aber nicht rein, Partycrash-er. Es ist soweit. Können wir die Türe öffnen? Finden wir es heraus. Der Sonnenschlüssel. Eine schöne Sonne, die aus rotem Kristall gemeißelt wurde. Ist es hier der Sonnenschlüssel für die Gruft? Oh, es leuchtet. Oh, das ging eins. Flott. Okay, wir betreten die Huft. Oh Gott. Was ist das? Ihr habt das auch gesehen, oder? Ah, und da geht es halt da geht es dann weiter in die Mondkammer, hm? Hallo. Oh, da ist das Sonnensymbol. Ein blaues Licht erscheint in dem geheimnisvollen Brunnen der Gruft. Du fühlst die Anwesenheit einer anderen Person. Oh mein Gott. Haben wir hier gerade Ruhestörung begangen? Sind wir Grabräuber? Okay. Ich bin John Jahl, Sohn von Jor und Herrscher Jorwigs und dessen ewiger Beschützer, lebendig und tot. Wer wagt es, die erste Kammer zu meiner letzten Ruhestätte zu öffnen? Wir. Tilda? Hm. Ich habe nie von dir gehört, aber natürlich sind doch sehr viele Jahre vergangen und neue Gesichter mögen aufgetaucht sein. Vielleicht kann ich dir helfen, aber erst muss ich überprüfen, wer du bist und was du willst. Du willst also ein Fragment des Lichtes Aydins haben? Ich gebe dir eins, wenn du mich davon überzeugen kannst, dass du ein Kämpfer mit dem Herz im rechten Fleck bist. Wenn ich zufrieden bin, gebe ich dir ein Fragment des Lichtes Aydin. Okay. Wen repräsentierst du? Ich repräsentiere niemanden. Ich bin ich selbst. D'accord und Herr Sands, Aydins Beschützer, GED. Wir sind eigentlich ja im Auftrag von Aydins Beschützer hier. Aydins Beschützer hatten einen Anführer, der heute sichtlich noch immer deren prominentester Vertreter ist. Wer ist das? Alex, Elisabeth, Zahnbien, Fripp, Herr Sands. Fripp. Wenn ich dir das gebe, was du haben willst, wirst du in meinem Namen agieren. Deswegen muss ich sicher sein, dass du weißt, wer ich bin. In welchem Jahr bin ich in Jorvik zum ersten Mal an Land gegangen? Äh, das war Jahr 12.018. Wie heißt mein Vater? Gerrit, Jor, John und Jacob. Äh, nee, Jor, das sind ja auch Jorvik. Ist es mein innerster Wille, Jorvik und Aydins zu beschützen? Ja. Wirst du alles in deiner Macht stehende tun, um Aydins Beschützern zu dienen? Ja, nein, nur wenn es mir etwas nützt und ich etwas davon habe. Oh mein Gott, nein, wir sind nicht so egoistisch. Ehrenwerte Tilda, ich bin nun sicher, dass du ein treuer Diener der Beschützer Aydins bist. Hey. Es soll geschehen, wie du wünschst. Ich werde dir das Fragment Aydins geben und du wirst im Namen der Druiden agieren und deine Aufgabe wird von größter Wichtigkeit sein. Es muss dir bewusst sein, dass das Fragment noch nicht aktiviert ist. Die Druiden können dir dabei aber weiterhelfen. Ich habe 800 Jahre geschlafen und wurde kein einziges Mal aufgeweckt. Ich denke jedoch nicht, dass ich selbst mitkämpfen muss in diesem Streit. Aydin hat mich noch nicht gerufen. Mach es gut, Tilda. Ich werde jetzt weiterschlafen, bis ich wiedergerufen werde. Grüße, Fripp, von mir. Okay, also offenbar kannte er schon Fripp damals. Krass. Wir haben mit einem Geist gesprochen. Das ist cool. Das ist echt cool. Ghost with Spockers sind wir jetzt. Gut, dann würde ich aber sagen, müssen wir zu... Ja, wir müssen zu Elisabeth wahrscheinlich. Dann sehen wir uns in... Ja, ist okay. Dann sehen wir uns in Raydale wieder. Okay, wir sind in Raydale. Dann werden wir jetzt mal mit Elisabeth sprechen. Ich werde aber auch gleich die Folge schon beenden. Wir haben schon 15 Minuten. Was für ein Abenteuer. Du hast mit John Jarls Geist gesprochen und das Fragment erhalten. Laut der Legende hat John Jarl die Druiden in ihrem Handeln unterstützt. Ich habe zwar Geschichten gehört, aber ich wusste nicht, dass er uns ewig zu Diensten steht. Sogar nach seinem Tod. Aber es ist gut zu wissen, falls eines Tages mal etwas richtig Schlimmes passiert. Nun müssen wir aber das Fragment aktivieren, sodass du es benutzen kannst. Ja, das Fragment werden wir aber erst in der nächsten Folge aktivieren. Und dann mal gucken, was uns erwartet. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!